Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Fluffy's Adventure, ob ich das richtige ausspreche. Let's start! Create a new game. Oh, kurz in die Options. Camera shake. Easy mode, for gamers who want to enjoy the game without worrying about combat. Enemies have less health and damage. Normal mode, for people who want to experience the game as intended. Enemies are decided and fair, but challenging. Hard mode, a much more challenging version of the game. More enemies are placed onto stages. Enemies have more health and damage. Ich würde sagen nochmal. Good. Enter game. One cozy evening in the land of Cutemellow, Scientist's Nail was busy conducting his usual experiments in his lab. Due to a miscalculation, he manages to create a new form of energy that he has never encountered before. I can't believe it. I'm a genius. I know just the perfect use for this. Yes, yes, this is perfect. My super strong, super cool UFO prototype could use this energy to be the fastest, most powerful spacecraft out there. But why won't this thing work? Maybe I'm not a genius after all. A scientist snail leaves his lab to go home for the night. The mysterious energy begins to stir. Whilst the land of Cutemellow is in slumber, the strange energy leaks from the lab. Waves of dark, mysterious energy can be seen glowing in the starry night sky. One particularly mischievous creature is drawn in by the spectackel. What is this feeling? What is this energy? What is this energy? What is this energy? I must find the source of this power. Usu crashes his way into the lab. Yes, this UFO. My, my, whoever made this has really outdone themselves. It draws me, I cannot, I can't control it. This is mine now. My beautiful UFO companion. We will create chaos together. And that's what we are doing, right? The next morning, Fluffy was just about to tuck into the dreamy breakfast of toast with a side of strawberry milk. Also, the animals that look at the window, don't look right. And it does. Completely unaware of last night's drastic events, Fluffy is startled when the front door suddenly swings open. Fluffy, please help! There's these gross blobby monsters all over Cutemellow and I think Scientist Snail might be in trouble. For once, she isn't exaggerating, Fluffy. It's bad out there. It looks like there's been a fire at the lab. Oh no, really? Come on, we must find Scientist Snail at once. Abandoning the breakfast of dreams. Fluffy, Bun-Bun and Pinky Panda rush over to the lab. Oh, Scientist Snail, are you okay? Oh, Fluffy, thank goodness you're here. What a mess. Oh, what have I done? What happened here? I thought I was a genius. I thought what I had created was... Hey, look out! Is it schon? Mwah! Hey, my creation! Sorry, excuse me, it's mine now, you silly snail! That doesn't belong to you. Give it back to Scientist Snail. Why would you hurt Scientist Snail like this? Why would you cause all this destruction? Why would you ruin my coffee? My existence is beyond this silly little land. That stupid snail has made my dreams come true. I will spread chaos and mischief amongst all worlds. Everyone will bow to me and do my bidding. I won't let you get away with this. I won't let you get... Oh, shut up! You're wasting my valuable time. Later, pass, and don't try following me. You'll only hurt yourselves more. Usu zaps off into the distance, leaving everyone in despair. As Scientist Snail sobs, he realizes he may have just the thing to help solve his problem. Fluffy is about to embark on a grand adventure. Fluffy, Fluffy over here! I've placed a UFO for you inside each of these strange portals. It's quite dangerous in there, so be careful. Make your way over to Stage 1 Mellow Gardens to get started on your adventure. I'll do my best, Scientist Snail. So, it's gonna be on... Oh, you bewegen? We can speak with him. Hello there, Fluffy! How's your adventure going? Don't forget to try and find as many items and secrets as you can. Finding items to upgrade your UFO may be the only way you can proceed. Okay. Mellow Gardens. Unten rechts sehen wir, X ist gleich Jump. All zu hoch können wir nicht jumpen. Aber wir können jetzt in das UFO einsteigen. Und dann können wir mit dem... Oh! Mit dem rechten Stick können wir ballern. Und zwar in die Richtung, wo wir hin zeigen. Mit dem linken Stick fliegen wir. Talk to Mellowferi. Hello there, Fluffy! Did you know that your UFO can shoot bullets? Tilt and hold the right analog stick. You shoot in the direction, any direction. Uh... Shooting can help you get past obstacles like wobbly rocks. We'll be here. Sehr schön. Oh, hello! Do you see this heart container here? If you get low on health, use a special beam to scoop up some heart to heal. It can save you from a tricky situation. Aber wir... Ah, mit dem linken Trigger... Beamen wir. Das ist unser Beam. Oder wie? Nö. Uh... Okay. Fluffy, look! There seems to be a special coin trapped in this little room here. Maybe you can look around for a way to open the door? If you find a button, shoot it and come back here. So, einen Button müssen wir finden. Ah, hier oben. Fluffy, look at this! I found this button just above us. I wonder what it does. Can you try and shoot it with your fancy UFO? Zack, haben wir. Und jetzt können wir uns hier den Coin schnappen. Dann haben wir schon einen von fünf. Ja, fünf. Oh, look at this, Fluffy. It's a Map Bubble. We should shoot it and see what happens. Once you pop a Map Bubble, you can press the Map Button to see the layout of the whole stage. Ah! Okay, hier sehen wir die Herzcontainer. Okay. Oh, Fluffy, be careful! There is danger ahead. Not all creatures are friendly like us. Some are monsters that will attack you. Don't be afraid to use your UFO to defeat them. Remember, if you get low on health, come back here to beam up some hearts. Oh, reached level one. So schnell kannst du... Oh, gehen. Einmal möchte ich mich jetzt treffen lassen. Ich will nämlich dann das mit dem Beam versuchen. Quiet. Outfit. Hello, Fluffy. Can you hear me over the radio? It looks like you found an outfit. How fashionable. Come and see me once you clear the stage and we can try it on. Be careful. If you exit or lose the stage, you will lose your progress, including fashionable items. Over and out. So, ich gehe kurz, oder äh, schwebe kurz zu den Herzcontainern. Und ich weiss immer noch nicht, wie ich den Beam benutze. Ach, das verstehe ich echt nicht nicht. nicht mit der maus spacebeam das funktioniert und mit dem controller funktioniert das irgendwie nicht wir noch mal press a press b press x press y start press select l1 l2 r1 r2 und jetzt auch der b ok was doch auch Auch der Boost? Oh, reached level 2. Hmm, I think there is something suspicious about this wall beneath us. Fufi, why don't you try flying into it? I know it sounds silly, but maybe there is a secret area down here. I don't know how much she has. Sogar with a special coin. Let's go further in the text. Are you trying to go further, Fufi? Hmm, well it seems like this gate is locked. But there is a strange button here. Maybe you can try to find an object to help unlock it? There might be something if you head down into the tunnel. Come on. Come on. Come on. Hello there, Fufi. Look at this mechanical sphere. It looks like it might be useful for something. You should try lifting it with your beam. There was a suspicious button back up in the tunnel. Maybe this might be useful for that. But maybe I am here for her. Oh, the bad plant. Ui, wo bin ich jetzt? Let's have some fun, if you can solve my puzzle, I will give you the silly bun drop I found. Well hop, let's go. Also... Okay. Wir haben's geschafft. Rescue. Okay. Das brauche ich noch nicht. Okay, ein Point fehlt noch, aber wenn ich mir die Map hier so ansehe, dann ist er noch nicht vorbei, dann kann's noch mal funktionieren. Also da kann noch mal was sein. Und da ist er. Das ist ein großer. Aber alles noch kein Problem. Und wir haben alles gefunden. Congratulations on beating the first stage, you can upgrade your UFO by speaking to Tinks at the garage. You can also change your outfit by speaking to Ban Ban by the mirror. Ah, okay. Hello Fluffy, have you seen these mysterious treasure chests scattered around? I think if you collect a bunch of stuff, maybe you can open them. Aha, hier nehme ich noch nicht. Well, wir müssen hier alles erst erledigen. Hello Fluffy, you can change the appearance of your UFO here, but I can only do so much for you at the moment. My sister Tinka is missing. She was last seen somewhere around Fairy Forest. If we find her, come back and we can improve the UFO even more. Aha, lock, 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 lock. Okay. Okay. Und hier ebenso. Okay. Und hier ist auch noch der Spiegel mit Ban Ban. Hello there Fluffy, if you find any fashionable items, you can try them on here. Would you like to try out some fashionable items? Jawoll, wollen wir. Da können wir hier die Brille. Und. Oh, schön. Sehr cool. Hübsch sind wir. Das ist mit euch. Hallo, have you seen that rabbit near the mirror? She keeps talking about fashionable items or something. Pinky Panda. Oh Fluffy, it's you. There's some big heat thing in my big cup of coffee. And that thing is so big I can't even reach it. Oh no Pinky Panda, is there something I can do to help? Hmm, well maybe if you can find a silly ladder or something we can reach it. Just have a look out for something like that. Also eine Leiter sollte finden. Aber erstmal geht's ab in level 2. Und dann natürlich ins UFO und. Hi Fluffy, did you know you can make your UFO go faster? I heard there was a boost button or something like that. Zapping around might help dodge some of those things that try to hit you all the time. Also das hier kann ich auch irgendwie öffnen. Ah. Oh, der ist groß. Der ist groß. Level 4, jawoll. Und die Karte. Blum. Die sind hier alle irgendwie total niedlich, die Gegner. jetzt schauen wir mal da rauf wenn ich das so richtig gesehen habe zurück das müssen wir auch noch öffnen da kann ich das Ufo verlassen und hier rüber gehen da gibt es wieder ein Rietzel let's have some fun did you know you can shoot bullets through those green barriers bullets can bounce off those reflective mirrors if you can solve my puzzle I will give you this silly bun drop let's go also wir können hier bonk schießen zum Beispiel hier und dann hier und dann schon uns ok weiter gehts oh schön das ist nämlich auch schon der zweite und nicht der erste hier 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 wo ruf und dann 5 und dann das ist ja auch schon der erste oder und dann die Runde hätten wir dürfen Und auch die ersten beiden Coins haben wir jetzt. Wunderbar, wunderbar. Ich gehe jetzt weiter. So viel Platz hat man hier nicht. So, zwei Wege gibt es. Hier fehlt... Nö, hier ist die Kugel. Ich muss dann irgendwo hin. Okay, hier. Kann ich nicht rüber. Noch nicht, auf jeden Fall. Ruhe. Oh, ein UFO-Part. Jetzt kann ich hier... ein wenig hier rüber bringen. Und hier. Bleib stehen. So. Und jetzt kann ich den hochheben. Guckt mir das was. Guckt mir gar nichts. Da geht es auf jeden Fall schon zu weit. Anfangen wir noch mal kurz hier rüber. Ich bin ja echt doof. Ich muss das einfach nur hier rüber bringen. So. Hier. Ja. So. Hier rüber. Und hier rein. Dann sollte jetzt das hier geöffnet sein. Und ich kann den Coin holen. So. Dankeschön. Dann geht es hier oben weiter. Und da gibt es dann auch nur noch einen Coin. Das sind auch schon gleich fünf und fünfeinhalb. Ach der. Das ist schnell. Das sind auch riesige Reaktive. Viele. So. Das war. Der letzte Coin. Und jetzt. Das ist ein Ding. Level 6. Alles geschafft. Das heißt. Die Truhe gehört mir. Fluffy. If you ever get stuck. Remember to try and increase the power of your UFO. So. Okay. Und das ist trotzdem alles noch gesperrt. Nö. Nicht alles. Power Power. Und hier ist dann das nächste Level. Schauen wir mal ob ich hier weiterschauen kann. wie weit das das geht. Hier ist auf jeden Fall mal gesperrt. Okay. Und da dürfte es dann zur nächsten Welt gehen. Nehme ich mal stark an. Okay. Ich würde sagen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.